Hallo verehrte Zuschauer, hier ist der Frank Schuh von LJWB live mit einem Update im Nasdaq-Index. Sie sehen das große Big Picture hier des Nasdaq im Wochenchart. Wir haben eine große Welle 2, eine Superzyklus hier unten beendet und da kommen wir auch schon sofort zur Sache gleich. Da gehe ich gleich drauf ein. Sofern diese Make-Au-Bricklinie hier unten hält, folgen weiterhin steigende Kurse zunächst in dieser Welle 1. Die liegt aber schon bereits weit in der Zukunft. Hier in der Welle 2, dann die Korrektur, dann die 3, die 4 und hier irgendwann die 5, die die übergeordnete Welle 3, die dieser 2 folgt, hier vollenden wird. Und ganz wichtig, das muss man auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Hier oben, diese große Welle 1, hatte ihren Beginn 1985. Die zeigt unser Allzeithoch an und von dort ab hatten wir dann diesen großen Abstieg, der hier im Oktober 22 dann seinen Tiefpunkt fand, Mitte Oktober, hier unten bei 10.438 Punkten. Die hat aber nur 38% gemacht und das ist für eine Welle 2 sehr dürftig. Nichtsdestotrotz wird die jetzt nach Elliott Wave zunächst mal hier unten als fertig eingezeichnet. Seither haben wir ja auch schon wieder einen deutlichen Anstieg gemacht, hier in der Welle 1. Hier auch noch einen kurzen Nebensatz dazu. Diese Welle 1, die vorher etwas weiter rechts oben stand, die habe ich nun ebenfalls wie bei den anderen Indizes, die ich immer analysiere, auch hier als fertig eingezeichnet. Das heißt, vorher war das mal eine 3 und dann wäre das hier unten eine 4 geworden. Ich schätze es aber jetzt für wahrscheinlicher ein, dass das eine 2 ist und dass hier die 1 schon zu Ende war. So, was ist jetzt zu beachten? Unter der Voraussetzung, dass das hier stimmt und dass das eine Welle 1 ist, sind wir jetzt in der Welle 2. Die Welle 2 hätte jetzt im Idealfall eine Korrektur von 61,8% zu machen. Wenn die aber größer ausfällt und die kommt tiefer, 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 hier 78 oder 80%, dann steigt mit jedem Punkt, den die weiter runterläuft, die Wahrscheinlichkeit, dass diese MOB gerissen wird. Und wenn die erreicht wird, die Make-up-Break-Linie, dann ist diese Welle 2 da unten, hier die große Welle 2, nicht mehr zu halten. Dann rückt diese Welle 2 wieder in den Fokus, die wird sozusagen aktiviert und rückt dann hier unten irgendwo nach rechts. Und dann könnte es passieren, dass wir hier nochmal Kurse sehen im Bereich von 6.500 Punkten circa. Das ist möglich. Ich möchte nicht sagen, dass die Wahrscheinlichkeit bei 50% liegt, zumindest jetzt im Moment nicht. Aber das hier ist eine durchaus mögliche Option. Und die darf jetzt nicht unter den Tisch fallen, nur weil wir jetzt hier gerade so in der Euphorie sind, es geht wieder hoch. Also, das Szenario ist noch im Spiel. Also, bitte, das sollte man sich merken. Zunächst mal geht es aber darum, dass wir das handeln, was unmittelbar vor uns liegt und was wir jetzt überschauen können. Und das ist erstmal diese Welle 2 hier. Und diese Welle 2 und diese Entwicklung hier, die schauen wir uns jetzt mal im Tagesschart an. Und die habe ich Ihnen jetzt hier markiert. Das ist das große Tief, mit dem wir eben gestartet sind hier, was auch gleichzeitig unsere Make-or-Break-Linie ist. Das ist die Welle 2, die nur 38% Rücklauf hatte. Unter der Voraussetzung, dass diese Make-or-Break-Linie hält, wird hier diese Welle 2 ausgebaut. Und anschließend kommen wieder stark steigende Kurse in der Welle 3 auf und zu. Und das wären immerhin über 9.000, 9.800 Punkte, die da zu erwarten wären, unter der Voraussetzung, dass die Make-or-Break-Linie hier aber hält. Aber solange wir jetzt erstmal auf dem Marsch nach unten sind, brauchen wir uns dann nicht weiter mit zu beschäftigen und lassen das erstmal auf uns zukommen. Es geht dann höchstens weiter. In der Zwischenzeit ist das hier die Bewegung, in der wir stecken, diese Welle W, diese Welle X und die Welle Y. Es ist natürlich auch noch eine zweite Variante denkbar. Und auch die bitte, auch wenn das in meinen schriftlichen Analysen nicht täglich drin steht. Hier könnte, das könnte jetzt eine Welle A hier gewesen sein. Wir könnten dann aufgrund der Tatsache, dass das hier eine dreibällige Struktur und keine fünffällige Struktur ist, dann mit einer überschießenden Welle B rechnen. Und dann würde sich diese gesamte Bewegung als Expanded Flat ausbilden. A überschießende B Welle C beendet die Welle 2. Dann ist das dreibällig, das wird dreibällig und das wird auch dreibällig. So wie es jetzt, solange wir hier oben über das Hoch der Welle 1 nicht hinausschießen, ist das hier eine Welle X. Und die kann auch unterschiedlich lang ausfallen. Die kann auch etwas kürzer sein. Auch das bitte beachten. Das ist nicht absolut. Das heißt, diese Ausdehnungen können und die Korrektur kann unterschiedlich ausfallen. Also das ist noch das alternative Szenario, was hier noch potenziell im Chart drinsteckt, dass das eine A ist, dass wir eine überschießende B bekommen und dann geht es in der C runter. Denn das hier lässt sich nicht sauber als Welle 5 zählen. Und das macht auch keinen Sinn, jetzt unbedingt hier, wenn das eine Welle A wäre, hier unbedingt jetzt einen leading diagonal rein zu zwängen. Das würde ich nicht befürworten. Soweit jetzt zum Stundenchart. Ich gehe jetzt weiter in den 4-Stunden-Chart. Ich meinte, das war es zum Tagesschart. Jetzt geht es weiter zum 4-Stunden-Chart. Da sehen wir ganz schlicht einfach nochmal hier die Entwicklung in der Welle X etwas genauer. Hier unten die W, die endete bei 14.057. Und wir sind jetzt hier innerhalb der Welle X in Klammern hier oben, sind hier gerade in der Welle A, bilden danach die Welle B aus und dann die Welle C, die die Welle X in Klammern beendet. Diese Welle A darf auch kürzer oder länger sein. Das ist eine Impulswelle. Das hier eine Korrekturwelle und das hier wieder eine Impulswelle. Als Impulswelle darf die Welle A unterschiedliche Ausdehnungen annehmen. Insofern ist das hier eine errechnete Welle A mit einer Idealausdehnung, die nicht 1 zu 1 so sein muss. Die dürfte auch etwas kürzer sein. Die dürfte auch etwas länger sein. Mein Vorschlag ist ja generell, Sie sollten jetzt diese Strecke, die hier nach oben führt, also ich nenne sie jetzt mal die Welle X in Klammern, auch wenn das hier so ein schöner Anstieg ist, das hier ist schwierig zu handeln, sollte auch nicht unbedingt gehandelt werden, weil wir handeln hier nur eine Korrekturwelle. Anschließend, wenn es hier wieder runter geht, ist zwar die gesamte Bewegung hier auch eine Korrektur, aber wir handeln erstmal hier einen Impuls. Das heißt, dann ist es besser, sich hier oben, ich mache es mal etwas kleiner, dann sehen Sie es besser, sich hier oben einen Stopp zu suchen, am Top der Welle 1 in Klammern, oder etwas da drunter, sich hier irgendwo einen Stopp zu suchen, dann abzuwarten, bis wir in diesen Bereich der Welle X kommen, sich dann einen günstigen Einstieg zu suchen mit einem knappen Stopp und dann einfach abzuwarten. Wenn Sie dann ausgestoppt werden, dann kostet Sie das nicht Ihr Portfolio, sondern nur einen kleinen Betrag. Und nach unten hin haben Sie ein super Chancen-Risiko-Verhältnis dann, was Sie aber hier nicht haben. Sie können hier keinen sauberen Stopp setzen im Moment. Deswegen, man hält sich, wenn man nach Eldert Wave streng handelt, hält man sich bei Korrekturen raus und handelt die großen Strecken. Von daher würde ich immer empfehlen, hier abzuwarten und dann lieber hier oben einen knappen Stopp zu wählen. Das heißt nie, dass Sie nicht rausfliegen können. Das heißt einfach nur, dass Sie hier weniger Risiko haben und ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis. Denn das ist es, worauf Sie achten müssen. Und noch mal ganz deutlich, das hier ist keine Anlageberatung und unter gar keinen Umständen eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten. Und im Stundenschart, da sehen wir das Ganze noch mal etwas im Fokus, ran gesummt sozusagen. Hier die Welle 3, die kann jetzt hier schon zu Ende gegangen sein, die kann auch ein bisschen weiter laufen. Es sollte jetzt in Kürze auf jeden Fall eine kleine Korrektur kommen und dann noch ein letzter Schenkel. Der fehlt mir. Natürlich, es kann auch sein, wenn wir uns das hier anschauen, dass diese Welle 3 schon fertig ist und dass wir jetzt hier schon die Welle A vorzeitig werden. Ich sagte ja bereits, die ist nicht in Stein gemeißelt. Aber wenn Sie jetzt hier nicht versuchen, um jeden Preis zu handeln, kann Ihnen das auch egal sein. Sie verlieren nur dann Geld, wenn Sie versuchen, solche unmöglichen Dinge mitzunehmen, die man eigentlich links liegen lassen sollte. Damit jetzt zunächst mal den Nestec beendet. Wichtig ist hier festzuhalten, dass hier alternative Szenarien drin schlummern. Das ist zunächst mal die Variante, die ich eben erwähnt habe, dass diese Welle 2, wenn sie eine große Korrektur macht, diese MOB reißen könnte und dass diese andere Welle 2 wieder aktiviert werden könnte. Das zweite Szenario ist, dass hier diese Welle W hier eine Welle A ist. Wir eine überschießende B bekommen und dann runtergehen. Das sollten Sie im Hinterkopf behalten. Dann würden Sie hier auch rausfliegen mit Ihrem Stopp, aber mit einem sehr, sehr kleinen Verlust. Das ist der einzige Unterschied. Verluste minimieren und dann Gewinne laufen lassen. Das ist das, was zu beherzigen ist. Denn es gibt immer mehr als eine Option im Chart, auch bei LJW. Ansonsten meine Bitte an Sie beziehungsweise es ist noch nicht mal eine Bitte, meine Empfehlung an Sie ist, LJW. www.eljewa.live aufzurufen. Denn hier erhalten Sie täglich präzise Marktanalysen. Immer zum Börsenschluss analysiere ich die neun wichtigsten Märkte der Welt für Sie, die Sie hier alle zusammen, nur die Indizes oder auch einzeln, buchen können. Ich freue mich auf Sie. Ansonsten freue ich mich genauso über ein Like, über Ihr Abonnement und einen Kommentar. Alles Liebe, der Frank Schuh von Elja Dröber live.